Willkommen zurück und ja, wir sind hier im Multiplayer von Watch Dogs und fahren jetzt einfach mal eine kleine runter. So, begrüße auch für die YouTuber und auch gleichzeitig für die Twitch, wo ich mal gerade wieder beides hier zusammen. So, für die YouTuber gibt es wieder Miniclips. So, ab geht's. Mal ein bisschen konzentrieren, deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Okay, ich fahr mal hier rein. Ja, ich seh schon, was für eine Wahnsinnsabkürzung, die hat mir richtig viel gebracht. Das ist ja der Oberhammer. Oh, da hat jemand Gaslecks verursacht. Das ist echt gefährlich, die Dinger, muss ich echt zugeben. Also echt, würde ich mit raten, ja, oh, ich muss kurz aufpassen, mit gleich am Anfang auszurüsten bei den Fähigkeiten. Oh nein, scheiß Baum. So. Autofahren, muss ich ehrlich zugeben, habe ich noch nicht so viel Erfahrung hier bei Watch Dogs gemacht. Beziehungsweise, ich bin jetzt noch nicht so der schnellste Fahrer. Ja, ich kriege das aber langsam gut hin. Welche Position sind wir? Mal gucken, äh, 8. Ja, krieg mal hin, schaff mal hin. Ne, Position 5, da, jetzt habe ich's. Ja, schaff mal den ersten noch, den krieg mal. Nur Mut, nur Mut. So. Jetzt einfach mal ein bisschen lernen hier, mal ein bisschen mit Gas und Bremsen zu spielen. Wenn da nicht so doofes Auto kommt, auch den habe ich gut weg. Na, jetzt eventuell die Kurve hier geil nehmen. Perfekt. Und da habe ich mal das Gas lag gemacht. Haha. So. Ja, ansonsten schaut einfach mal wieder auf www.entercame.de. Ähm, eure Gaming News Seite oder Gaming Blog oder wie auch immer ihr das haben wollt. Und ich versuche jetzt hier den ersten da vorne irgendwie noch zu kriegen. Und natürlich, äh, schaut auch bei mir bei Twitch vorbei, wenn ihr dann, äh, die ganzen Folgen sehen wollt. Live und in Farbe. Hat man ja früher immer so schön gesagt. So. Ich bin auf Position 2. Ich krieg den da vorne noch. Ich fahr gar nicht so schlecht gerade. Ich hab's gleich. Ja, ist ein Power-Up, das ist ein Power-Up. Jawohl. Jawohl. Wir haben ihn ausgeschaltet. Ja, er hat es nicht geschafft. Und da ist das Ziel. Yeah. Sehr schön. Oh, der wird sich geärgert haben, ey. Genau vorm Ende mache ich den da Ding. Ja, super. Wie gesagt, schaut mal auf www.entercame.de. Den Link findet ihr unter dem Video. Oder aber halt bei mir auf dem Channel oben im Banner drin. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu YouTube-Mini-Clips von Sonny G. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich euer Sonny G. Also, ciao. Ja, bis dahin. Ja.